Hallo und herzlich willkommen zum Mario Kart 8 mit Reichen zum neuen Welt 2 Booster Schreckenpass, wuuu! Ja, los geht's, mein letzter Volk nicht gesehen hat, schaut euch mal an! Oh, oh, falsche Seite, geil! In der heutigen Folge spielen wir, ja! Wiegad, die sieht geil aus! Ach geil! In der heutigen Runde spielen wir die zweite, zweite Runde. Genau, in der zweiten Cup. Also eigentlich den vierten, aber eigentlich der zweite, der jetzt veröffentlicht wurde. Hoi! Ja, ja, von Welle 2! Und das ist jetzt die Sydney-Spitztour, die sieht auch schon fett geil aus, ne? Ja, ist so, ne? Oh, ups, ich hab irgendwas gebrüht, was ich gar nicht wollte. Ach geil! Oh, die schmeißen Münzen an! Ja, bitte, ich schmeiß mir noch mehr Geld in! Oh Gott! Oh Gott, Kurve! Ich glaub, die Strecke fahren wir dann gleich auch anders rum. Weil das üben grad so aus, als würde man da... Nein, es geht! Weil diese Holzdinger, die da grad in der ganzen Strecke standen, die haben ja in die andere Richtung geführt. Deswegen glaub ich schon. Oh geil! Wir fahren in Bahnhof Wallen! Oh geil! Mir gefallen aber die Strecken, dass sich die Strecke ändert, ne? Ja, ist so. Das ist nicht richtig cool. Alter! Oh Gott! Ja, hallo! Was ist das? Ab durch den Park, ja! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh wow! Das ist richtig cool! Ich hoffe, ich bin richtig! Alles klar! Ja! Ist es jetzt schon? Ja! Wir können ja auch! Hoi! Oh nein! Hoi! Oh nein! Das ist richtig cool! Ja! Party! Oh nein! Falsche Seite! Hey! Ach da muss ich rein! Ah! Okay! Irgendwie... Ach, Peach ist mir grade an meinem Puhlchen! Oh, die ist nicht so toll! Obwohl ich nicht reichen! Die Geile! Die Geile! Die Geile! Die Geile! Warum mal einen geilen Song? Die Geile! Stimmt's statt Olivia oder Layla? Nein, Olivia! Ja, machen wir die Geile! Die Geile! Ja, komm! Soll ich das jetzt wieder machen? Auch wieder so einen Song ankündigen? Der dann irgendwann kommt? Wollen wir das machen? Jetzt in der Mario Kart Folge? Oh, woher ich bin? Oh, wieder abgeschoben! Okay! Warte, ich schau gleich aufs Datum! Naja, heute ist ja der 4.8., ne? Okay, Leute! Dann kündige ich den Song Die Geile! Am 4.8. an! Mal gucken, wann er den Schlüssel nicht kommt! Die Geile! Oh, am besten wird er dann auch so Radioverbot und so! Obwohl, das war ja kein Radioverbot! Das war ja... Festivalverbot! Na ja, paar Leute, die ich auf dem Volsdus spielen wollte! Auf Malle! Hä? Ich bin irgendwie runtergefallen! Ich weiß gar nie, warum! Wir gehen jetzt extra auf Malle in die Ferien, Alter! Ja! Boah, ich war schon noch nie auf Malle, ne? Das ist richtig geil! Ja, auch nicht! Oh ja, dann machen wir das! Hallo Peach! Na? Ja! Direkt vorm Ziel noch erst! Jetzt eigentlich bei den heißen Temperaturen wirklich perfekt! Im Schneeland zu fahren! Wuhuuu! Ja! 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 Ich hoffe kein Fehlstart! Oh! Alter Leute! Hier fliegen die Items einfach in die Strecke rein! Looon! Geil! ich finde es richtig geil das ist ja 48 neue strecken mario kart ist richtig cool ja komm jetzt kommt der erste anfang okay einmal rum was geräusche ich weiß nicht ob ich die pinguine mag oder hassen weil ich finde es schon süß aber ich fahr eigentlich gefühlt immer gegen die so scheiß binguine oh nein aua wird abgeschossen oh und gleich noch mal oh ich merke du bist hinter mir hallo ja hallo spürst du meinen Dreck meinen Dreck in deiner Gesichter schon wieder war es nicht gerade schon das könnte man so fett aus dem Kontext reißen das letzte mal doch erst bei vorgehalten oh man oh danke dass dich mitgetroffen hat danke dass du meinen Pupu schnüffeln wolltest wir stehen alles zusammen hat sich getroffen oh man geschenk ja ich habe gerade eine rampe gesehen oh ich auch aber da kommt man leider nur mit pilzen weil sonst nur zu lang ist obwohl ohne pilz ist bestimmt auch mal geil ich probiere es weil an sich fällt man da ja nicht runter wenn man es ohne pilz schafft ah hier liegen pilze auf dem auf der Strecke oh nein ich bin vor dem Schnee eingefahren hier war voll rot zu die Kurve machen oh da liegen noch mehr Pilze ja beide hast du beide genommen ich bin so face ach schade ich doch für's reich nein oh wie war das irgendwie so klar ok jetzt nehme ich aber die abkürzung mal gucken was er bringt ah scheiße ich habe es nicht geschafft nein bitte aber die ist geil nein oh glück nach zweiter und jetzt kommt meine Lieblingsstrecke von Jovino die im Pilzschloch Pilzschloch und damit kommst du zum dritten Rennen im Pilzschloch richtig ausrasten ja 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 hallo 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 oh ja schau den Soundtrack alte Erinnerungen an Pilzschloch ja war auch so der Anfang na wenn ja habe ich absolut keine Erinnerungen mehr ach geil ich habe Pilzschloch geschossen ah daran erinnere ich mich ach Gott ich will sogar die ganze Zeit Tanz machen aber ich kriege es nicht hin ach man oh bist du bei Renniast was ich fahr mal links hoch ich krieg es nicht hin passt an zu ich bin einfach zu schlicht nein nein bitte ich hab abgeschossen du scheiße war das knapp geil ja so geil aber bis jetzt die neuen Strecken sind alle mega nice alte ich finde halt das Preis-Leistungsverhältnis super 25 Cent pro Strecke ist halt echt fett hoi 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 hallo haha du war armer Junge pfff oh Gott ok jetzt fahr ich runter oh mal gucken was mir bringt hoi deine Drecksbanane alter tu mal leid hoi ich versuche die ganze Zeit Tanz zu machen aber ich kriege es echt nicht hin ich kriege es einfach nicht geschaffen die hast du gesehen das sind so Kristalle im Tunnel in der Höhle ja hab ich gesehen nein ich bin siebter was und ich bin meine eigene Banane reingefahren ich hätte einen Stern gehabt ach nein das letzte Runde alter leg mich am Arsch oh ich fahr jetzt mal links hoch oh mein Gott ok wenn du jemals an mich geglaubt hast dann glaub ich mir bitte dass du niemals links lang fährst Alter das ist so unfassbar schnell da kommt man überhaupt nicht drauf da kommt man überhaupt nicht drauf hoi 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 alter alter Geräusche noch schön vorbeitriften oh du bist zu weit dass ich gehört ja du kannst vom blau vom blauen Pilz kannst du direkt mit dem Fallschirm rüberfliegen ach das war der blaue ah aber ich bin auch hey ich bin dort bin gesprungen plötzlich oder der Fallschirm geöffnet ja geil Kommen zur Lessenstrake ja da krieg ich jetzt jetzt schon äh Diabetes ja ist das richtig süß ne oh Gott oh durch das Eis was zur Hölle Alter Oh, Junge Oh Gott, ich wäre fast runtergebümpft Wie geil ist das? Boah, das ist, oh, Alter Das ist, oh, Junge, ich weiß nicht Es sieht schon geil aus, klar Aber es ist sehr viel Zucker, den ich da drin sehe Ich würde da ungern reinbeißen wollen Obwohl es schon das reinste Schleckerparadies wäre Also wenn man essen könnte, ohne abzunehmen, dann wäre das der allererste Zufluchtsort Ja, ist so Oh Gott, ich bin Hui Ist richtig cool Hui Alter, aber geil, ist sie schon gemacht, Alter Ja Wieder durchs Eis durch Geil Man kann auch einfach durch diesen gelben Zaun da durchfahren Ja, ja, dann bekommst du Boost Achso, ah, läuft Stimmt, das habe ich gerade, danke Wusstest du gar nicht, ja Oh ja, dann Uuuuuh Ha Ne, da ist die, ehrlich, ich find's so geil Jaaa Hier Hörde, schau auf, du fährst rein Schade Ah, ok, daneben Ja, Moin Aber ich wusste, es gibt's wie mit der Abkürzung mal Ich hab bis jetzt noch keine wirklich krass offensichtliche Visie Jaaa Hui Ach nein, meine Töhe trug mich, glaub ich Am besten jetzt kommt ein blauer Panzer an dein Gesicht Das wär einfach super Geh wir durch das Eis Oh nein Oh nein Geil, danke Mario Kart, dass ich mir nichts bekomme, um mich zu verteidigen Ach geil Danke, dass ich jetzt gar nichts bekomme, um mich zu verteidigen Danke, dass ich jetzt eine Banane bekomme, um mich zu verteidigen Jaaa Ab durch den Zaun Geil, da geh, hui Aber doch ziemlich simpel, also man fährt ja eigentlich nur im Kreis Wie der Babypark, nur geiler Ja, ja Ich frag mich echt, oh mein Gott, nein Ok, ich bin runtergefahren Leute, nein doch nicht, man kann hier unten weiterfahren Alter Ja, hab ich vorhin auch gemeint, dann bin ich runtergefahren Das ist wahrscheinlich eine geile Abkürzung Huui Ja, wow Wunder bin es dir, ja Das ist eine geile Strecke Nice 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 Yeah Ok Leute, das war's Mit der zweiten Folge Mario Kart 2 Mal gucken, wann mal wieder eine neue Folge kommt Wahrscheinlich dann gespiegelt, ha Oho, lasst gerne ein Like und ein Abo da Schaut bitte unbedingt bei Ratschen, wobei, weil der Junge ist cool Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag Und von mir ein adios Amigos Tschüss Ciao